Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Flatout 2. Wir haben im letzten Part die Straßenklasse begonnen. Wir haben den ersten Pokal und das erste Event. Jemals wird Platz 1 beendet. Jetzt geht's weiter mit den Street Twilight Cup und Fiat Gold. Wir haben fast 200.000. Und jetzt geht's weiter mit unserem Crusader auf Midwest Wrench 2. Oh, ich freue mich wieder auf schön flattet aufnehmen. Das LP ist uns soweit beendet. Wir sind jetzt hier bei Part 23. Und ja, viel wird es ja hier nie mehr sein. Also knapp 30 Parts wird es geben. Vielleicht ein bisschen mehr. Weil es kommt die Grande Finale. Boah, das Grand... Hat's aber Grand Finale. Okay. Wirst du sterben? Du willst sterben! Und nochmal. Scheiße, ich wollte doch... Ich wollte die nur nochmal... Alter, haben wir die abbezogen, Alter. Bam! So macht man das im Hause, Morgian, Leute, ja? Oh. Fuck! Oh! Schön crashen macht Spaß, hm? Du musst ihn auch vorhin hier mal. Juhu! Ohoho! Fuck! Fuck! Oh! Ich fähre gerade aus. Ah! Hab sich geschrottet. Fuck! Vier Runden! What? Ohoho! Der ist weggeflogen! Oh mein Gott, Flatter 2 ist so geil. Du musst ihn auch vorhin hier mal. Hau mal ab, Jake. Du hast ja auch nichts zu sagen. Ja, hau ab! Hau ab, Mensch! Nee, doch. Hä? Schon wieder dieser behinderter Fehler hier von Flatter und dass das einfach aus dem Spiel rausgekickt. Ihr habt es gerade schon gehört, wo ich öh gesagt habe. Ey, jetzt habe ich so eine Führung erstmal verloren. Ey, komm, ey. Das ist doch echt scheiße. Komm. Okay, wir sind immer nur, wir sind gerade nur zwei Runden gefahren. Das ist ja nicht weiter schlimm, aber trotzdem ist es scheiße. Ich will ordentlich aufnehmen können, ohne aus dem Spiel rausgeschmissen zu werden. Gerade in so einer, naja, sagen wir mal, schweren Situation. Okay, so, schnellste Runde. Nach vorne sind es auch schon alle. Die drei Spastis. Okay, zwei Spastis und eine Spastin. So, dann stellen wir erst mal. Oh, dieser Crusader ist einfach nur das Geld, ey. Ja, hau ab. Ab ins Wasser. Scheiß drauf. Wie gewinnen sie uns? Ah, voll fucking Nitro. Okay, Jason. Gut. Dann noch eine Runde. Und zwar unter eine Minute. So, jetzt fahren wir hier noch einen Rundenrekord. Das zeigt. Ich war jetzt das erste Mal mit dem, mit der Straßenkasse, und ich bin auch keinen Rundenrekord gefallen. Sieht ja, ja, nee. Mindestens auf der Strecke mal einen Rundenrekord hier fahren. Okay, super. Ey, komm, es wird ein richtiger Lade-Rundenrekord. Äh, Rundenrekord. Weltrekord. Komm, BÄM. 56, 57. Sieht's, hey, da knackt. Wie jetzt, Waykata 55? Oh, komm, das ist doch ein unmöglich, ey. Oh, ey. Das war mein Sieg. Äh, meine schnellste Runden. Und du haust sie mir weg. Oh, jetzt zieht mein Ohr auch noch, ey. Oh, ja, die Strecke ist auch geil. Zieht euch mal. Hier ist der Crash an Sophia. Fällt mir ja auch nicht. Hehe. Ach, Zayli, wie geht's denn so? Ah, schon weg. Ähm, Jörg verdient. Erstmal einen Sprung mitnehmen. Yippie, jajay, Schweinemacke. Durch die Geisterstadt. Ja. Ja, gegen die Mülltonnen, sag ich mal, ja. Oh, ja, hier. Die Strecke ist auch geil, ja. Oh. Oh. Jut. die so nah. Habt ihr ja nichts gemacht? Da war ein ganz leichtes Auto. Aber wir überrücken gleich mal Rekord da. So ist mal neuen Rekord hier gefahren. Oh, die Map ging ja ganz schnell vorbei hier. Oh, Jason Walker ist auch nur siebter. Fuck. Okay. Noch ne Runde fahren, okay. Schrott ist noch keiner. Wie, Kay Jackson ist zweiter. Okay. Ali fährt vorne mit. Das ist ein bisschen komisch, dass die so gut ist. Ich sag nur so, die hat das kleinste Auto und das Auto, das am schnellsten Schrott geht. Gleich mal so. Okay, jetzt ist sie vierter. Ich sag dir wirklich noch zweiter. Okay, die wird nicht zweiter. Die wird eher letzter. Ah, ich sag dir, Jason Walker hat schon gerade meinen Rundenreik schon verbessert. Weil, ja, der hat ziemlich aufgeholt auf die anderen. Habe ich gerade auf der Minimap mal so gesehen. Da ist er nämlich schon. Vorher war gerade mal da. Also, der holt ja auf maximal drei oder drei bis fünf Sekunden auf hier. Auf mich oder auf sie. Komm, dann siehst du ja schon sechs da. Ah, komm. Scheiße. Ah, den hat er locker gebrochen. Sag doch. 44 Sekunden, ey. Komm, ey. Ist doch abnormal. normal. Jo, gar nichts. So, letztes Rennen. Motor Raceway 3. Aha, die Strecke. Cool. Hm. Wie starten wir wieder vom letzten Platz? Ist ja klar. Hochkante, verarscht. Oh, ja, komm. Schön haben wir hier. Oh, er fällt mir. Schön crashy crashy machen. Oh, da. Der ist weggeflogen. Ach, die Kurbel ist auch schön. Das ist weg. Wer denn hat... Oh, oh, Steine. Hm. Fick dich, du Schlampe. Oh, komm, ich flinge mal durch. Ich will mal einen Jump machen. Juhu. Juhu. Kapisse dich. Oh nein! Einflug bitte in den Himmel. Bitte einsteigen. Wer überholt mich? Du hast ja nichts zu suchen hier. Achte, liebe Jack. Nee, nee, nee. Nicht mit mir. Oh, Sophia, du mit deinem fetten Auto. Siehste? Schlecht bist du. Und nochmal den Jump. Schon wieder vier... Nur vier Routen hätte sie hier gefahren, auf jeder Strecke. Der hat doch nicht lange gedauert. What the fuck? Da auf jeden Fall fehlt Gott gleich mal. Noch am... Zum Ende des Parts noch. Und der liebe Star-Event wieder. Oh, die Kurve haben wir richtig gut genommen. Neuer Rundenrekord. Ich glaube, der wird wieder locker gebrochen, weil... Ich weiß nicht, wo ich dir nochmal Zeit rausholen soll. Irgendwie total durch hier. Jumpen. Durch rasen. Was das Zeug hält. Ah, hier bin ich ja vorhin so geflogen. Da habe ich auch nochmal zur Zeit verloren. Alter, haben wir das ja ordentlich hinbekommen. Ja, Jason Walker hat ja heute auch ziemlich gut auf hier, ey. Ah, jetzt fangen wir über die Brücke gleich rüber. Aber erst mal jetzt den kleinen Sprung. Fuck. Oh, das ist gut, 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 das ist gut. Scheiße. Schade. Und? Das ist doch nicht wahr. 41 Sekunden. Aber ja, keine Chance. Aber übrigens besser Schrotter, ihr Penner. So, ja. Fertig gemacht. Fehlt Gold. 20% da abgeschlossen. Uh, was? Street Wreck Cup. Du Scheiße. Survival. Survival 97. Fällt mir gerade mal so ein. Oh Gott. Special Street Circus Cup. Special Street City Cup. Alter, das ist der geilste Cup ever am Ende, ey. Schrottstrecken, Schrott, Schrott, Schrott. Alle Schrottstrecken. Oder auch freue ich mich wie ein kleines Hühnchen. Auf einmal jetzt viel Gold und der Trailerblazer. Das Intro ist für den Arsch. Ach ja, warte mal. Ach, hier ist wie Football und so. Ist ja auch Football, ist ja klar. Oh. Ah. Na ja, 1499. Das geht noch besser. Fuck. Katie ist doch gut. So. Versuch Nummer 2. Fahr nicht dagegen. Schön. 1493. Ja, okay. Hier haben wir noch ein bisschen weiterfahren können. Ah, 1414. Schade. Ah, bumm. In your face. Gewonnen. Gut, 4000 nochmal dazu. So, Leute. Das war's für den Part. Im nächsten Part geht's denn weiter mit den... Oh Gott, ja. So ein langer Part wie der Street. Wreck. Cup. Und Speedway. Left. Vielleicht cut ich das, weil das wird ziemlich lang werden. Und bis dahin sage ich einfach mal. Ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.